Super leckere Guacamole in sechs Schritten. Mega. Und für dieses Rezept braucht ihr sechs Scheiben Jalapenos und zwei Zählen Knoblauch, die ihr jeweils beide super fein hackt. Dann nehmt ihr euch eine rote Zwiebel, die ihr auch sehr, sehr fein hackt. Jetzt nehmt ihr euch zwei Avocados, entfernt den Kern, gebt alles in eine Schüssel und anschließend nehmt ihr euch eine Limette, presst sie aus und gebt den Saft zu Avocado dazu und vermischt anschließend alles. Jetzt noch die drei kleinen Tomaten würfeln und dann anschließend alle Zutaten in die Schüssel geben. Jetzt das Ganze noch mit Salz und Pfeffer abschmecken und Zucker oder Agavendicksaft dazugeben. Und schon ist eure Guacamole fertig. Und heute zeige ich euch...